Meins hindelecht Da müsste doch ne... Oh nein Du siehst die Tüte da nicht? Ich seh nur die eine Tüte Das ist aber Kannst du mich healen? Ne ne Der Wolf Der Wolf der Hält mich weg Auf mich anzubellen Tut dir nix Nur mein Freund Das darf ich beim Reanimieren wieder Nein Jetzt rennt der Wolf aber weg Wenn wir Glück haben Bleibt er da auch Jetzt nicht zwei Tüten Aber ich hab da nichts oder? Warte Ich nehme die hier und du nimmst die andere Was denn das? Ich muss nur mit unserem Perl mal tauschen Mr. Giggles ist tot Och nö Nimm alles Du müsstest ne Taste haben wo du alles nehmen kannst Genau Ja So Ich Ich baue dann doch mal rasch weiter Wisst du was ich jetzt mache? Alter 4 Ne Ich Was denn? Na ne halt Eigentlich ist das dumm Ich wollte ja weiter ausbauen Scheiße Was passiert Willkommen Schau dich ruhig um Was gibt's denn hier zu kaufen? Milch Eier Wo ist Mehl? Oder Gorken halt Oder irgendein so ein Gagamehl Toko Tokohut Melone Bauernhut Hasenohren Palsfähren könnte ich mir für 120 kaufen Ich glaube ich habe keine Na wie viel Gold hast du denn? Ich glaube ich habe gar nichts mehr Warte sieht man das irgendwo? Na das ist ne Währung als Inventar tatsächlich Das ist so ne Inventar Das hast du im Inventar Am Ende Gewicht Eigentlich auch 56 Scheiße Hier sind nur Woll Hier ist ein ganz Rudel davon Wovon? Wölfe Die kommen alle hierher Dann baue ich schnell unsere Base Habe ich überhaupt noch was? Wo ist denn das Rudel? Also da hinten ist das einzige Rudel Ja das meinte ich Bei mir kommt die ganze Zeit die Mucke Als wären wir im Kampf immer noch Da liegen ja die Klimmeln da rein Backspace Ähm Ähm Wende Ach ne ich habe das falsch gemacht oder? Ja genau Ja genau Bau in Folge muss ich machen Aber das geht auch wie bei Ark Nicht mit Bauwerk verbunden Und dann glitscht das rum So wie bei Dennis Warte ich baue uns ne Tür Da würde ich aber zwei bauen eigentlich Aber du hast schon äh Okay Wir bauen eine hier hin Ruppen Ruppen Die raus Packen die da hin Und bauen weiter Ja Ich glaube wir sind durch Ja Aber ich will äh Äh Hilfst Hast du Holz? Warte Weil wenn nicht dann reicht es aus wenn wir Einfach jetzt gemeinsam mal schnell Bisse Holzfarmen gehen Zu nah an einem speziellen Boss Beziehungs Oh jetzt sind die Schafe hier aufgetaucht Ich kann nicht bauen Was? Ich kann nicht bauen weil hier Schafe aufgetaucht sind Wo denn? Direkt vor mir hier Da steht Kann an diesem Bereich nicht gebaut werden weil zu nah an einem Boss Oder Bauwerk Ich glaube es ist das Schaf Den Typen kannst du wirklich einfangen Da lassen wir mal gucken Ich kann immer noch nicht bauen Ja aber warum denn? Das ist interessant Aber hier kann ich bauen Jetzt jetzt Das ist komisch Mal gucken was gibt es hier noch Es gibt hier Äh Holzfundament Ja ein Holzdach Ja aber wie gesagt ich will das Die Wand 2 hier hoch machen ja Da baue ich hier schon mal so einen Anfang von einem Holz Warte mal Äh Reicht vielleicht nicht doch eine Etage Also eine Ein Block Das weiß ich jetzt grad nicht mehr Weißt du noch wie das ist Ich hab jetzt auf den zweiten hier so eine Decke gemacht Na wichtig ist dass wir das gleich mit äh Ach ne stopp Äh rup mal bitte die Decke raus Und die zwei Wände die da Und die drei Wände die oben drüber sind Wie komm ich hier hoch Wo hoch Du kannst mit Du kannst den Bau Modus Passend dafür Warte dann ruppe ich das ab Dann ruppe ich das ab Und baue das anders Auf die Schnelle Das ist nie was mit meiner neuen Iglu Boah kriegst ein Iglu? Hoi Das ist Holz So Dann Ein Holzdach Was ich versuchen könnte ist Ja Ich baue uns schon mal Nein hab ich nicht Noch keine Bolle Na? Habs doch gerade gehabt Na So Guck mal Wir können jetzt hier hoch Oh Cool Das ist mich an unserer Arc Basis Das einzige was viel Arc Basis Ist ja klar War Draco? Bowsers Festzug Ja das rächt mich ja Zack Mein Fuchs ist auch tot oder? Äh Ist er bei dir im Team Rot? Äh Wo ist mein Team? Ja ist Rot Dann einmal in die Palbox rein Hey Hey Okay Palbox Warum renne ich schon wieder weg? In neun Minuten In neun Minuten In zehn Minuten ist er Is er down Äh ne warte mal hast du den da Na komm mal her Ja Was war der? In drei Minuten ist nämlich Sir Guggles wieder einsatzbereit Den musst du hier reinlegen deinen toten Fuchs und dann würde der sich dann auch dementsprechend wieder reviven Mach ich den im Bett oder wie? Ne Pack den einfach mal in die Box rein Hä Guggles ist überhaupt nicht mein Team Ja weil Guggles in dieser Box ist und gerade auf wieder levelt äh wieder hoch gehealt wird Hä Welcher Box ist er? Ich seh den nicht Oh nein Du siehst den nicht im Warte mal welche Box bist du denn gerade? Äh Ich bin auf Box 1 Lol du siehst Hier ist dein Hier ist jetzt müsstest du dein Hühnchen sehen ne? Ja jetzt hab ich ihn Wahrscheinlich seh ich ihn nicht weil du den Ophynom hattest Wie doof ist das denn? Wir sind in der Gilde und sehen unsere gemeinsamen Perls nicht Nur halt wie die rumlaufen halt Oh danke für das Holz Ich werde mal kurz frieren Weil ich würde jetzt gerne schauen dass ich irgendwie Äh eventuell Mal kurz mein Essen mein Hunger stille Danke Lammball für die 3 Monate Saar Was? Was? Du bist abgiftet Na? Du wurdest gesabgiftet sagst du? Wird du sagen Gut was mach ich jetzt? Äh hierher kommen wir kurz beim Aufbau des Dings helfen Oder wir gucken dass wir uns gleich 2 Betten bauen Was bauen wir denn überhaupt für das Bett? Äh wir bauen Wolle Wolle habe ich mehr als genug Ich brauche nur Holz damit ich die 2 Damit ich die 2 Betten auf die Stelle hinkriege Oder geh ich? 2 Holz Toll Naja dann behalten 2 Holz Dann geh ich schnell Holz farmen Und erfriere ne Runde Abgesehen davon dass wir jetzt angegriffen wurden Fand ich die Stelle schon toll Oh du bist Level 5 Oh Ich bin ein Level über dir Level 6 Ich stehe weit über dir I have the high ground Du underrested my power So Jetzt friere ich nicht mehr Kommst du mal kurz hierher? Wo bist du? Ach hier Im Haus Im Haus Im Haus Mir fehlt ein Holz Dir fehlt ein Holz Hier ist Holz drin Und Stein Und Stein Und der Stein brauche ich ja auch Stimmt Mir fehlt trotzdem ein Holz Hä? Ich baue Äh Joa Ich geh mal kurz schnell das letzte Holz holen Ja Und Das Bett ist oben Sehr gut Du kannst dich schon mal hinlegen Und ich werd mir noch ein zweites inbauen Und dann können wir beide den Tag skippen Geil Schlafen Ich glaube Hm 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 Weißt du Das Das hab ich ihm zu verdanken Ich bin ja am Bauen Und der pennt ja ganz alleine Es ist einfach so schlimm Es ist einfach so schlimm Und dafür Dafür mag er mich ne Ja Jetzt geh ich da verpennen Ich männliche Frau Äh ich frauliche Mann So So Wieder ein bisschen Verbesser Das haben wir nicht Ja komm Werte erhöhen Was ist das? Ich hab zwei Punkte sehe ich gerade Äh Komm hier Ein bisschen Stoff Schild Sperr Stoffkleider Fotodruck Eine Alarmklöcke Schlingfalle Bärengarten Mess zu wenig Punkte für die FIFA Ich glaube Ja Wir können unsere Box nochmal verbessern Ja Wir können jetzt sowas Nice 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 Assiste Stimmt Ich muss mal kurz ein bisschen Technologie Also Futterdruck lerne ich Die FIFA Geil Statue der Kraft Ich habe die Kraft Ich habe die Kraft Ich hab noch haargenau einen Punkt Aber den werde ich glaube ich für das nächste Level dann verbrauchen Weil wenn ich das sehe was es da Schönes gibt Das ist einfach nur Schmexy So warte ich helfe dir mal kurz Der Schlaf macht auch mit Na Hä Ich wollte das nicht weg Ich wollte das nicht wegheaten Hast du aber getan So Warum rennt der jetzt weg? Ja Wann der hin? Achso Hey Agamikus Ich bin gerade am gärten Oh kochen Lampenball kipp Was das mit dem Lampenball hier macht Was? Das holt Sachen Ich habe eine Mutti vorhin schon gesagt Ich habe eine Mutti vorhin schon gesagt Wir können uns auch einen Köftespieß kaufen Ein Has? Ja Ich weiß nicht wie lange das Bauchbesser geschwächt ist Ich bin hungrig Nein Der rennt weg Der brennt Warum willst du unbedingt den fahrenden Händler fangen? Hä? Wie werfe ich? Weiß nicht R1 oder so Scheiße ich habe die ganze Zeit falsch Kann ich nicht schnell Ich kann schneller rennen Ja jetzt geht's ab Jetzt geht's ab Jetzt geht's ab Jetzt fülle ich den Arm Jetzt ist er weg Er ist despawned? Ja Aber Ich sehe gerade was wir stattdessen uns holen können Grüne Nebelwesen Öffen Oh der Affe Der Affe ist fucking OP Der Affe ist fucking OP Da hole ich mir auch hin Ah der kaffee an Auf Ja Auf den Ball Aua Scheiße Ja du hast ihn Hoffe ich Hoffe ich Nein das ist ausgebrochen Du bist doch rein du kleiner Affe Du bist du wohl Ich hab keine mehr Jetzt 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 Ich gönn dir Komm nicht hoch Ach du Scheiße Deine Oberriffe Na warte Affe Kämpf Wenn du sagst der Affe ist OP Jetzt will ich das sehen Im Sinne von was der als Farming Sachen kann Ich muss abhauen Ich auch Komm wir hauen ab Wieso kommt die denn zu uns? Aber hey wir haben Parts gefangen Auaah Waaah 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 Ein Hund Lampal Verpiss dich Rita Der läuft einfach so rum Ja Rita Sie kommen Ich Wow Lauf ins Feuer Lauf ins Feuer Oh Ich weiß nicht wie er es gemacht hat Aber er brennt Ich glaube er beschädigt unsere Wand Was? Oh Ich helfe einen Versuch nochmal No Ja Kann Scheiße laufen ich habe ein wolf gefangen ich habe mich getötet wolf greifen das wort er nehmen ich werde mal kurz wie schnell um meine unsere kampf umfegen ich bin hungrig waffenbruch ich versuche auch noch eins zu fangen du hast ja ich habe einen davon also noch den zwar okay gut wir haben die wolfslage besiegt wir haben gegen die wolfslage gewonnen und ich bin gerade sehr froh dass ich dass ich einen davon gewonnen gefangen habe ich muss jetzt mal kurz ein paar reparatur kids bauen aber ich muss auch tatsächlich leider sagen dass das jetzt auch erst mal die letzte dass wir dann erst mal aufhören müssen mit der aufnahme session ja und du müsstest schnell ins wasser rennt doch du nein nein ich verhungere warte bleib stehen bleibt stehen könnte diesmal reanimieren hast du bären im inventar habe ich aber ich habe sie schon gegessen dann hast du keine bären mehr aber da sind neue bären respawn sammelt die schnell und esse was mache ich jetzt beispielsweise aber noch mal so schnell futtern ja ich habe sie zittern sehr gut das war ein anfang es war ein ganz wilder anfang so viel startschwierigkeiten hatten mit den mit diesen wölfen hatte selbst ich nicht gehabt im privaten spielstand dass das so abgeht naja aber dafür haben wir ja trotzdem jetzt erst mal angefangen ein haus zu bauen also da haben wir jetzt sogar bausklafen das ist das gute daran danke mein schön das ist halt das ist halt so toll an den perls manche perls fangen auch einfach an mit bauen sowas von so wie viele punkte habe ich an der technologie ja gut okay kommst du mit hoch wo ist hoch ach hier hoch warte zitter ich so komisch bei dir ja genau los wir sind richtige männer und ich würde behaupten dass das erst mal für heute war und wir uns das nächste mal sehen oder ja dann ich sage auch dass wir uns heute verabschieden werden ich hoffe es hat euch gefallen ich bin ausdauermüde ich bring mich um ja du hast mich genau im blick ja ja nein dann würde ich sagen wir uns eine sache ist mir gerade aufgefallen was hör mal bitte genau hin wenn du hier langläufst du hast hast ne als würden wir über gras laufen aber wir laufen über holz und so raus abonniere ihren kanal klicken das glückchen und dann sy为什么 hundertprozentig wieder also haut raus tú